So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar, was heißt Let's Play? Ich meine natürlich, unser Rock of Ages, ich habe keine Ahnung, was es sein soll, ist ja gerade ein Free Weekend bei Steam und ich dachte mal, komm, machen wir wieder einen Test und ja, so wird gespielt, können wir machen, aber ich starte einfach mal, Lernprogramm ist auch nicht schlecht, machen wir halt Notorious, so einen Stein mit einem Gesicht, lustig, ja, wie gesagt, keine Ahnung, was es sein soll, nicht die geringste. Was ist das? Was macht der da? Wieso macht er so Geräusche? Ah ja. Okay. 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 Was? Versus? Okay. Oh! Ich störe die feindlichen Tore. Äh. Äh. Haha, ist ja geil! Oh. Okay. Ist zwar nicht gut. Ah, wir können springen. Äh! Was ist das denn? Ich bin tot. Ah, ich bin tot. Ah ja. Okay. Jetzt machen wir nochmal neue. Okay, also richtig. Boom! Nein! Ja! Ja! Was ist das? Äh. Ähm. Ja! Was? Ja, aber ich habe andere Felsen konstruieren. Was? Was? Okay, und jetzt? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Halte, right button, drehen. Okay. Okay. Was soll ich jetzt machen? Was? Okay. Äh. Äh. Ich habe kein Geld. Wir haben kein Geld. Ja. Okay, kann ich nicht. Ich heißt der nochmal. Ja. Ja. Okay. Verdammt. Okay. Jetzt komme ich. und nicht schlecht das ist das kann ich hier machen nichts oh jetzt geht es ab ich mache mich nicht kaputt, aber egal boom kann ich wieder zurück? ah gut, ich kann wieder zurück sonst wir mehr Anlauf wiederholen können ja falscher Weg so blöd mich auch wieder nicht ah soll ich da rein? hey die Musik kenne ich doch irgendwoher Moment okay ich gehe mal rein weiter, ja gut ganz lustiges Spiel würde ich mal sagen ähm ja 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 äh ja hinbauen ja Jetzt machen wir mal so hier. Ich weiß nicht genau, was das alles bringt. Okay. Okay. Ihr könnt kommen. Wo sind die eigentlich? So, du bist eigentlich... Hä? Wow! Ah, Glieden errollt. Nicht schlecht. Ah, jetzt hab ich verstanden. Oh, da war das jetzt ziemlich blöd, was ich alles gemacht habe. Verdammt. Ich glaube, das wird nicht so gut ausgehen, aber gut. Ich hab kein Geld mehr. Oh, was macht der? Oh, was macht der? Oh. Und jetzt? Hä? Was ist das los? Ach, ach so! Oh, verdammt. Ah. Ah. Ja. Ja, alle sterben! Das Spiel hat irgendwie voll fun. Oh, ein Schlüssel. Was das drüberbringt. Hey. Da. Hey, 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 hey. Nicht so grob. Wow, 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 wow. Das ist ja voll gut. Das ist ja voll die Prost. Ja. Gegner rollt. Ja, das will ich nicht wissen. Ich würde lieber jetzt... Ah, gut, die haben ein bisschen Geld wieder. Wo ist der gerade? Ja. Ah, da ist er. Ah, einfach irgendwo hinbauen. So. Oh, oh, der ist schon durch. Jetzt sind wir wieder dran. Oh, ich soll mal ein bisschen mehr Geld sparen. Oh Gott, wir sind ja bald kaputt. Oh, oh, ah ja, ja, da ist ja ein Mensch drin drin. Hab ich ganz vergessen. Moment, nein Mal gucken, dass ich vielleicht noch Oh, das war nicht so gut Egal Oh, das sieht nicht gut aus für uns Machen wir mal hier Zacken Ja gut Zack So, jetzt kommen wir erstmal hier hin Ha Ha Oh, jetzt können wir schnell Jetzt geht's ab Oh, er kommt auch gerade Oder wie Doch Oh, oh Das sieht nicht gut aus Oh, oh Das ist ja ganz toll Wir haben nur noch Also, weniger Leben kann man gar nicht mehr haben Was? Oh Alter, hat mich gerade erschreckt Ähm, okay Wir holen uns nochmal Ähm Ich muss am Anfang nicht mal, dass wir einen Holen können Ich dachte, es wäre jetzt nur dafür gedacht, dass wir Verteidigen Ja Sparta Okay Ja, ja Ich hab's verstanden Neue Einheit Toll Ernein, er macht, er macht, er hat, er macht, er macht, er macht, er macht, er macht. Alter, wenn der einfach so kommt, der erschreckt mich voll. So. Komm schon, komm schon. Schneller! Okay, legen wir mal los. Oh Gott, okay. Der rollt auch los. Das ist ja ganz toll. Okay. Wo ist er gerade? Da war er, der Statur. Da. Ach, verdammt. Okay. Okay. Nein, 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 nein. Nicht da hin, nicht da hin. Verdammt. Na ja, also das schaffen wir. Komm. Das schaffen wir. Atari. Okay. 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 Nein. Nein. Prozent verdammt der Götter auch etwas auch die Haltung Ja, das schaffen wir, glaube ich, mal. Ähm, ja. Gut, wann kommt der eigentlich wieder, der neue? Äh, der neue Gegner, meine ich. Wischen du? Wischen du? Verdammt. Fang runter! So, irgendwie, äh, der C spielt mit dem Warfare 3-Multiplayer. Ach, verdammt. Ihr könntet den Normalen nehmen. Macht nichts. Ah, verdammt. Oh, das Gesicht ist, ah, ah, aber arztgeil. Oh, 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 oh. Hey, das gibt's so, äh, nein. Verdammt. Okay. Und. Geschafft! Nein, doch nicht, oder was? Ah, doch. Ja. Ich kenne das Lied, ich weiß es. Nicht schlecht. Oh, yes. Ah, ah, schuldig, wenn nur... Ach. Ah, Moment mal. Das war's, oh. Ähm. Aber das ist doch grad keine Demo. Der sieht ja mal am besten aus. Mit dem 10. Smiley. Oh, das sieht auch ein schläger aus. Nee. Ähm. Ich würd mal sagen, dann war's das. Rock of Ages ist ein ganz lustiges Spiel eigentlich. Ähm. Ist grad nur Aktion. Kostet, glaub ich, grad nur 2 Euro. Äh. Wenn ihr wollt, holt's euch doch einfach mal. Ist eigentlich wirklich, äh, ganz witzig. Ja. Und ich würd mal sagen, äh, ich hoff mal, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Euer Mr. Naro LPS. Tschüssi. Tschüssi.